hallo liebe gemeinde und willkommen beim nächsten part the wagonball fighters gegen kitbu stufe 25 ist er mittlerweile dafür packe ich sogar mal die saiyajin elite aus von hier ich bin mal mit gotenks kommt der nämlich auch hoffentlich auf stufe 13 gibt ja ordentlich erfahrungspunkte wenn man gegen den gewinnt außerdem will ich mal gucken welche attacke gotenks drauf hat als super spezial ob das die glaube die super ghost kamikaze attacke obwohl das ist nicht die super special immer korn ja Ich habe nicht gedacht, dass ich das Böe mit dem Böe zu kämpfen habe. Er hat sich alle Kraft geklärt. Ich habe ihn mit einem Gehirn geklärt. Ich habe ihn mit dem Böe zu kämpfen. Kakarot, bitte. Sie sind anders als andere Kronen. Ich glaube, ich denke, es ist nicht so, was ich. Dann schau ich das! Ah! Ich bin so, 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 ich bin so. Ah, jetzt wird die Trubbelei wieder an. Oh, in those gates. Bitteschön! Ah toll, genau rein! Ah, da ist die Super-Groß-Comitats-Attacke. Hallo, hallo! Ne! Fick dich, Bu! Und komm! Yes! Ui! Alter! Steht doch glatt! Gut, Tanks ausgenockt! Und reicht noch nicht mehr für Stufe 13, Alter! Boah, Hass! So, dann gehen wir doch erstmal hier oben lang. Goku, Son Gohan und Piccolo. Hm? Ja! 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 Ready for battle! Are you ready? Find it out! Oh, look at that! I'm sorry, man! Was hat denn da? ach na doll ok und der tage hätte jetzt nicht gerechten die reißkriege ehrlich gesagt aber jetzt nicht so vom hocker oh fuck gotics ist auf stufe 13 äh dann tauschen wir ihn mal wieder aus gegen son gohan dann hätten wir hier nappa auf stufe 19 ay caramba so moment mal kurz anders hinsetzen hier ready ok ok Und bitte schön, nach unten zeigen wir uns. E-Ladung Stufe 1 So, Frieza, komm her hier Alter, warum sind die alle schon so auf so hohen Stufen? Stufe 21 Können das? Ich bin ja selbst mit Son Goku noch weit von entfernt und dabei habe ich mit der beiden nicht bei jedem Kampf dabei Und friss das! Feel your face, Kone Oh! Woä ihr? Willst du, Kone, 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 Kone Majest du den? Brr, bin noch reingeschprudet Danke, Gideon So, okay, noch mehr Dora. Dann haben wir hier Tenshinhan, Nappa und Ginyu. Feuer frei. Nun kommen. Pamm, schön auf der Glatze. Pamm, schön auf der Glatze. Oh, schick, der trifft nicht. Doch. Oh. Ich dachte, er hat drüber gesprungen. Oh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Und komm. Ja, passt. Na toll, da haben sie das blaue Kamehameha gegen den gelben Final Flash ausgetauscht. So, was kommt nun? Na, Mahlzeit. Zulig, humidity, anti-tensätzen. Es Application für den vielen W appear... Ja, wo es mich nicht in 100,5 Olow� gibt... Aber nur sie wissen einfach. Ich habe keine Ahnung. Es ist kein Wiener. Wenn du sofort rauskriegst, dann? Sersho, siehst du? Ich weiß, dass ich mich nicht verstehe. Deswegen habe ich mir die Zeit für mich. Du wirst jetzt so sein. Ich bin sehr nett, was ich. Wenn ich so einfach sein, dass ich so einfach sein, dass ich so einfach sein kann, ... 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 Na, hast du Schiss? Ja. Na? Hat's das Cell etwa erwischt? Fragen oder Fragen? Okay, da ist der Endboss, sag ich jetzt mal. Das Ganze gelötet hier. Nun den. Äh, ich fang mal hier an. Krenin, Tenshinhan und Ginyu. Echt jetzt? Tenshinhan und Ginyu. Echt, Tenshinhan und Ginyu. Ja! Ja. Ja! 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 Ja, ich bin! Ja, ich bin! Ja! Yes! Sehr, sehr ordentlich. So, dann mal gucken. Wechseln wir erstmal kurz die Kämpfer. Und Gohans Verbindungsevent wurde ausgelöst. Oh, alles klar, das kicken wir uns erstmal. Und wir nehmen ja Stufe 15, Alter und Ohr. Unshined? 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 Ok. Unshined? Unschined? Unschlined? ano Unschilled. ok dann wechseln wir euch trotzdem einmal aus gegen krelin und piccolo so dann jetzt hier noch mal gegen vegeta frisa und napa 50 10 ja 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 Hm. Ja, wohl. Hm. Oh, schade. Keine Höhenspirale. Musst du die so kriegen, Nappa. Und? Was ist das? Nein! Komm, gleich noch mal. Yes! Voll aufs Maul. Läuft. Hm. Hm. Okay, fast alle in der Stufe aufgestiegen. Halleluja. Na gut, dann ist der Part hier auch erstmal wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ja, dann schaltet doch beim nächsten Mal oder bei meinen anderen Videos auf meinem Kanal wieder ein. Ich würde mich freuen. Und wenn ihr mein nächstes Video nicht verpassen wollt, oder auch erfahren wollt, wann ich meinen Livestream starte, dann hinterlasst mir am besten auch ein Abo. In diesem Sinne, haut rein. Tschüssi, Sikowski. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.